so leute willkommen bei carways heute sind wir wieder auf der strecke allerdings haben wir ein 3er-duell gt 63s gegen rs und einen m5 competition ich bin sehr gespannt auf das video viel spaß ein 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt kommt der M5, Alter. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Das kann doch nicht wahr sein, dass er jedes Mal kommt. Das ist unglaublich dicker. Unglaublich dicker. So, Leute, jetzt das Dreier-Duell. Rolli 50. Mal gespannt. Alter. Alter, der M5 hat einen richtig guten Start, aber der M5 ist heftig. Er ist krank. Alter. Ich glaube, ich hatte einen perfekten Start, aber... Ich glaube, wir waren gleich oder du warst vor. Krank. 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 Joey. Krank. 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 Spros. jetzt kommt der M5 schon wieder das kann doch nicht wahr sein, alter, ey, das ist doch, aber, 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 was ist das? ja, das ist doch, das gibt es doch nicht, alter ja, der A6 ist, ja, gut, dabei, aber, ja, das ist schon eine Angelegenheit, also, ich glaube, ich muss mal umdenken und eventuell mal ein M5 oder sowas in Betracht ziehen, das ist wirklich sehr, sehr, sehr krass, wirklich sehr, sehr krass, unglaubliches Auto, wirklich unglaublich